Es kriselt in Europa. Ist der Brexit der Anfang vom Ende? Oder die Chance zur Neuordnung? In Europa brauchen wir einander. Wer wird neuer Kommissionspräsident? Wie stark werden die Rechtspopulisten? 400 Millionen Europäer haben die Wahl. Die Phoenix-Themenwoche widmet sich Europas Zukunft. Mit Live-Berichterstattung, Gesprächen, Dokumentationen und Online-Angeboten. Zu Chancen und Vielfalt unseres Kontinents. Wir zeigen Ihnen den Reichtum an Kultur und Lebensformen. Ein wahrer Schatz an alter Geschichte und neuen Ideen. Sehen Sie es europäisch. Sehen Sie das ganze Bild. Mit Phoenix. Europas Zukunft. Die Phoenix-Themenwoche. Noch bis Sonntag.